Hallo und herzlich Willkommen zu Minecraft wir spielen hier 4 Arena Games zum ersten Mal hier und ja euer versprochenes Mittwochs Video hat leider nicht geklappt wegen Hausaufgaben und ja nicht so lange quatschen einfach loslegen würde ich sagen so das reicht und ja weil ich den Spielmodus noch nicht kennt das ist so das war ein Knopf drin also man ist 4 es sind 4 Spieler in dem in der Map ich hab's gestern mal ganz kurz gespielt und ich bin nicht so der Bringer merke ich und ja sind wir Spieler in der Map und wie gesagt du hast zwei Drohnen und mit den zwei Drohnen ist es zielt fünfmal gegen die vier Spieler zu gewinnen und das musst du dir eben dann einteilen wie du denkst es ist am besten und ja da ist eben viele können gefragt nicht ehrlich gesagt nicht so der Champ bin ich verstecke mich erst mal können sich selber abschlachten so ich weiß ich bin Schiffer aber warte sieben 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 nehmen aber an der Schmerz ist er behindert Nein Nein ich bin tot naja egal es war eigentlich nur sollte nur eine lose Runde werden weil die haben jetzt ihren Kack ein Kind der gutes Zeug verbraucht das finde ich voll lustig man kann nicht mehr als die Fühle 10 Meter man sprengt sich weg zu werden das ist lustig Prozent Prozent mehr okay ganz schön Rüstung verbraucht ist am Anfang weil meine Taktik ist eigentlich ja zusammen welche durchschaut am Anfang von Jörg die anderen tun ihre Rüstung alles verbrauchen und dann eben dazu zu schlagen die alle Rüstung einen gebraucht haben ja und jetzt geht es ja wieder los da wir zwei Tierschwerter Pfeilbogen ja mit einer nehme ich jetzt mal mit dumm 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 und ein ein Totanschilder um Pfeilbogen Pfeilbogen ja ich weiß nicht ob das jetzt gut ist aber ich versuch's einfach mal so wie endlich ein Bogen und Pfeile verbraucht aber Luh so so also ich hab die Idee hier von umgespielt ich kann da mal reingucken und ja er macht immer solche Challenges und da hab ich überlegt auch solche Challenges zu machen um um ja weil es gefällt mir die Krone Kronen das sind zwei das sind zwei das war doch keine gute Idee kein Schwert mitzunehmen aber wir haben gelernt ja jalalala ich bin tot toll toll oh ich bin deprimiert ich bin seitdem deprimiert deprimiert die haben schon wieder ins gutes Zeug verbraucht ne ja ich bin es gut naja der hat meistert naja ok ich gönne mir jetzt einen Steinschwerf und wieder so ein Schädel und lass sie eigentlich nochmal gewinnen der Steve scheint ziemlich gut zu sein GG halbes Herz und ja er kann gerne meinen Kommentaren schreiben wir den neuen Spielmodus findet und ob ich den öfter spielen sollen wie bau wo so wie ein was er interessieren mir gefällt er ohne WhatsApp-Nachricht ja mir gefällt er und ja ha blocken ja ich kann eigentlich schon auf Lust drücken und die anderen auf Lust drücken so ich würde das mal wieder campen denk ich mal aber das hat mich gesehen das war ein Wogen, das ist klug ok ich sehe jetzt dass er kommt ne die bekriegen sich ok ok kommt er zu mir meine Taktik ist gerade die anderen erstmal dass sie sich selber Build Down machen dann wenn die Down sind setze ich den Schlag zum gewinnen an ich wüsste wo die sind das ist wenn jemand sneekt ich sneak auch gerade ok gut hu hu einer ist dauernd Stefan müsste jetzt eigentlich was abgekommen haben äh äh da wie der heißt so schnell tot Fragezeichen oh ne der hat nicht so viel abbekommen da warte ich hier jetzt erstmal getrost und warte bis Stefan dann Ai Dovid fertig gemacht hat und jetzt gleich zum Angriff wüsste wo er ist GG ja toll wo ist der Typ ah und da müsste er eigentlich jetzt wenig Herzen haben der hat ein Steinschwert komm wo ist der ne der ist ja irgendwo sneekt ich klinge ihn um ich hoffe oh der macht Aufnahme ich auch das find ich gut so wo ist er nein mann ich verkack wo ist der Typ so ich mach Aufnahme ah ich verkack hier grad weil ich nicht weiß wo der Typ steht also ich hab das nicht gesehen boah das ist gut und dann komm ich und dann oh hallo äh äh Loll ein Schlag das lass ich jetzt nicht auf mir sitzen und setzt jetzt zum Sieg an ich brauche noch ein Buch Schuhe ach Leder Schuhe feine Leder Schuhe es gibt nichts besseres und ein Holzschwert zur Tarnung jetzt komm ich ja bloß mit dem Holzschwert und schau mal bitte schreibt nicht nur ein Buch großbuchstaben schau mal nicht im Krieg okay er macht keine Werbung auch gut macht keine Werbung schau mal das war das war das war das war gleich wieder schreibt bitte nicht im Großbuchstaben das geht mir eigentlich ziemlich am Arsch vorbei ich muss jetzt eigentlich mal Guttel für mich werben dass sie dann ankommen und dann kann ich die wegbangen uhu hier bin ich kommt gleich an ah die battlen sich dort finde ich ganz nice so jetzt zieh ich mich hier an so jetzt zieh ich mich hier an scheiß pedo wo ist der man der ist gut da ist er da ist er da ist er ich brauche ich frau kann ich die gut man hat sich verkackt er hat sich verkrümelt und hier für manche zu diezeit hier jawohl Ich wollte jetzt eigentlich auch gewinnen, das war so in Planung, ja, das war so geplant, steht jetzt 1-3, ich lasse ihn jetzt nochmal eine Runde gewinnen und dann setze ich wieder auf dir, denke ich, weil der denkt jetzt bestimmt, ja jetzt setzt er nochmal Übers auf Rüstung, weil er will jetzt Anschlusstreffer, aber nein, so lautet nicht meine Taktik, ja, und nochmal ganz kurz was zum Kanal, wenn wir gerade hier dabei sind, ähm, ich weiß nicht, ob ich es immer mit dem Mittwoch-Video schaffe, von daher machen wir das so, ich verlese die Runde jetzt sowieso, weil ich nebenbei noch Quatsch, ähm, fuck. Und jetzt machen wir das so hier, brennt, good game, b улиie, b pequeña, b dét, b Okay, jetzt kann ich mich nicht schon weiterquatschen, machen wir das so, dass ich immer Samstag ein Video bringe, sagen wir noch, so Sonntag hochlade, also okay, Sonntag bringe ich ein neues Video, Minecraft und Mittwoch bringe ich auf, ich bringe ich ein Minecraft Video. Nein, ein Battlefield Heroes Video. Ich muss mich konzentrieren. Also nochmal Samstag Minecraft und Mittwoch a Battlefield Heroes Video. Ja, genau. So machen wir das. Da lade ich das immer Samstag hoch und dann könnt ihr es anschauen. Und ja, ich wollte mich nochmal bedanken. Ich weiß, es sind nicht viele Abonnenten, aber ich bin, wie soll ich sagen, glücklich drüber. Ich freue mich ziemlich, dass schon 5 Abonnenten sind. Es ist nicht viel, ich weiß, aber ihr macht mich glücklich. Ja, okay, fertig mit den Geschleimern. Es geht los. Bang. Es hat lustig, wenn die abschießen können. So, ich brauch was zu taumeln. Schnell, 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 schnell. So, geht jetzt weiter. Hoffen wir jetzt mal, dass man die Runde gewinnen könnte und sind am Arsch oder im Arsch, wie auch immer. Hier brennt das ist wirklich gut. Hallo, ich will kämpfen. Ne, ich lass erst mal. Oh, das wird getroffen. Er kann mit dem Bogen umgehen, wie meine Oma mit dem Strickzeug. Oh, hier ist einer. Oh nein, den hab ich auch nicht gesehen. Nein. Oh, hier ist einer. Oh nein, den hab ich da. Oh, fuck. Nein, ich dachte schon, er kann auch gut mit dem Bogen umgehen. Oh, noob. richtig. 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 Mann, das war scheiße. Oh, ich stehe auf dem Dach. Ihr nicht. So, mal kurz Moment. Gucken. Gut. Gut. Okay, Entschuldigung. Ich muss es immer hoch machen. Von daher. Entschuldigt, bitte. Bitte hat er jetzt nicht gewonnen. Nein. Hm. Ich hab ein Kill und ich hab eine Runde gewonnen. Es reicht. Ja, und wenn ihr auch das spielen wollt, ich schreib euch einfach mal die Server-IP in die Infobox. Es war ziemlich schwer, jetzt hier irgendwas zu bekommen, weil man dann auch bei Neustart steht und dann die ganze Zeit drücken muss. Aber wenn man drin ist, macht das echt Spaß. Also, ich schreib euch die IP in die Infobox. Und ja, ich würde mich sehr über eure Bewertung und Kommentaren freuen. Ja. Ender Perla. Uh, fixe Papa Jaeger. Ja, dann salut. Bis zum nächsten Mal.